. Früher wählten Arbeiter linke Parteien, und diese kämpften für höhere Löhne. Heute interessieren sich Linke für Gendersternchen, Migration und Identitätspolitik. Und die Arbeiter wählen häufig Rechtspopulisten. Das gilt nicht nur für die Schweiz oder Deutschland. Ähnliches sieht man in Frankreich und den Vereinigten Staaten. Die arrivierte Linke lebt in Großstädten und ist akademisch gebildet. Ihre ehemaligen Wähler leben in der Peripherie und haben schlecht bezahlte Jobs in Dienstleistungsbranchen. Ist da ein neuer Klassenkampf im Gang? Das ist unser Thema in NZZ-Stammpunkte. Herzlich willkommen! Unser Gast heute ist Sarah Wagenknecht. Sie ist promovierte Ökonomin, Publizistin und Mitglied des Deutschen Bundestages für die Partei Die Linke. Herzlich willkommen, Frau Wagenknecht! Guten Tag! Was treibt Geringverdiener, ob in Frankreich oder den USA, nach rechts? Offensichtlich, dass sie sich von links nicht mehr vertreten fühlen. Weil das sind ja vielfach Menschen, die lange Zeit sozialdemokratische Parteien gewählt haben, linke Parteien gewählt haben, aber offenbar die Erfahrung gemacht haben, dass sie dort mit ihren Nöten, mit ihren Problemen nicht mehr ausreichend respektiert werden, dass auch keine Politik mehr für sie gemacht wird, zumindest, dass sie nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern dass teilweise Diskussionen geführt werden, Sie haben es ja gerade angesprochen, die völlig an den Lebensängsten, Lebensnöten vorbeigehen, die jemanden umtreiben, der beispielsweise von 1200 Euro im Monat leben muss, netto, dessen Mieten steigen, der sich Sorgen macht, welche Perspektive seine Kinder haben, und der mit Sicherheit sich nicht sonderlich dafür interessiert, ob jetzt gegendert wird und wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Interesse dafür hat, wie das Klima in 100 Jahren aussieht, sondern mehr, wie sein Kontostand am Monatsende ist. Aber wieso haben sich die linken Parteien dann von ihren ehemaligen Zielgruppen abgewandt? Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich schlau. Ja, das hat natürlich etwas damit zu tun, also einerseits mit einer positiven Entwicklung, dass ein Teil der ehemaligen Klientel, der ehemaligen Basis sozialdemokratischer und linker Parteien in den 70er, 80er Jahren aufgestiegen ist. Also wir haben ja in allen westlichen Ländern damals wirklich eine Periode gehabt, wo es relativ gute Aufstiegschancen gab. Also Kinder von Arbeiterfamilien, von einfachen Leuten hatten die Chance zu studieren, hatten die Chance dann auch in gut bezahlte Arbeitsplätze zu kommen, im öffentlichen Dienst, auch in der Privatwirtschaft. Und teilweise war das die Generation, die dann so in den 70er, 80er Jahren auch die sozialdemokratischen Parteien immer mehr geprägt hat. Nun war die erste Generation immerhin noch eine, die wusste, woher sie kam. Aber auch da war es natürlich schon so. Auch in den 80ern waren die meisten sozialdemokratischen Parteien schon sehr stark von Akademikern geprägt. Aber sie hatten noch irgendwie einen Bezug zu den Leuten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber inzwischen sind es ja mehrere Generationswechsel. Und inzwischen dominiert gerade bei den Jungen eine Generation, die bereits in sehr wohlhabenden Elternhäusern, akademisch geprägten Elternhäusern aufgewachsen ist, die in ihrem Leben relativ wenig Kontakt mit der sozialen Frage hatten, die also sich über ganz andere Themen politisiert haben, auch links politisiert haben. Da geht es eben nicht um Löhne und Renten, weil das im Zweifelsfall, wenn man schon mal die Eigentumswohnung der Eltern erbt, selbst wenn man nicht so gut verdient, irgendwie eine Grundsicherung immer da ist, sondern da geht es eben um Klima, da geht es um Flüchtlingssolidarität, da geht es um andere Themen, die alle nicht unwichtig sind, aber die trotzdem an den Lebensnöten ganz viele Menschen vorbeigehen. Und es ist vor allem auch ein anderes kulturelles Milieu und ein sehr starker missionarischer Eifer, so diese eigenen Werte, die man hat, anderen Leuten aufzudrängen. Also die eigene Sprache, die eigene Lebensweise, die ja sehr privilegiert ist, die man sich gar nicht unbedingt sonst leisten kann. Und das ist etwas, was ganz viele Menschen abschreckt. Ich bin ja nun erwiesenermaßen kein Linker, aber soziale Themen finde ich nach wie vor wichtig oder fand ich immer schon wichtig. Ist das also am Ende vielleicht einfach auch ein Generationenthema, dass junge Menschen sich dann einfach nicht mehr wiederfinden, weil sie sagen, Klima ist jetzt für mich so dominierend, alles andere interessiert mich nicht? Es ist ja kein Unterschied zwischen Jung und Alt, sondern es ist ja innerhalb der jungen Generation nur ein sehr kleiner Teil, der sich politisch engagiert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu früheren Generationen, dass eher auch früher sich Menschen, die nicht an der Universität waren, nicht am Gymnasium waren, trotzdem teilweise mehr politisch interessiert haben. Heute ist das im Grunde, das sieht man bei Fridays for Future ganz klassisch, also die Bewegung hat fast ausschließlich an den Gymnasien und Hochschulen stattgefunden. Sie hat eigentlich nicht stattgefunden an Hauptschulen oder Realschulen in Deutschland. Sie hat nicht stattgefunden an Berufsschulen. Das heißt, das ist gerade ein bestimmter Teil der jungen Generation, die sich politisiert haben, die politisch engagiert sind, die sich als Links auch verstehen, was ja insoweit erfreulich ist, aber die doch sehr stark eben nur ihre eigene Lebenswelt sehen. Und auch zum Beispiel die Sorgen von jemandem, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, der einen Realschulabschluss hat, der, ja, was hat der heute in dieser Gesellschaft noch für Aufstiegschancen, für Lebenschancen. Der muss gucken, dass er irgendwo einen Job kriegt. Die einzigen noch halbwegs gut bezahlten Jobs für Menschen mit solchen Ausbildungen sind dann eben in der Industrie. Aber die werden auch nicht mehr, sondern eher weniger. Das heißt, er hat ganz andere Sorgen, währenddessen jemand, der in der Großstadt aufgewachsen ist und dessen Eltern im Dienstleistungsbereich gut bezahlte Jobs haben, der kann sich viel leichtfertiger sagen, ja, wir gehen mal raus aus dem Verbrennungsmotor und ob da jetzt Jobs dranhängen oder nicht, das ist doch nicht so wichtig, da haben wir eben dann andere Jobs. Also das ist ja auch so ein bisschen, ja, eine etwas von oben herab, eine Attitüde, dass man Leute belehrt, sie sollten doch jetzt bitte schön das Klima wichtiger finden als ihren Arbeitsplatz. Und so erreicht man natürlich niemanden und so erreicht man schon gar nicht Menschen, die einen wählen sollen. Sie haben jetzt ja auch diesen Stadt-Land-Gegensatz angesprochen. Wir sehen es auch in der Schweiz. Es ist im Moment ein großes Thema, dass die Städte sehr stark links dominiert sind und natürlich Schweizer Städte sind kleiner als deutsche Städte, aber auch dort sehen wir genau diese Entwicklung und dass eben die Menschen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, wohnen dann eher auf dem Land, das in der Schweiz nicht so weit von den Städten entfernt ist. Es sind nicht so Verhältnisse wie in Brandenburg, wo man schnell mal 100 Kilometer dazwischen sind. Aber wir haben auch diese Spaltung Stadt-Land. Glauben Sie, dass das zu einem der beherrschenden Themen der Politik in den nächsten Jahren wird? Müsste es eigentlich nicht, wenn diejenigen, die in den Städten wohnen, ein Mitgefühl und auch ein Verständnis dafür hätten, dass jemand, der auf dem Land wohnt, andere Probleme hat und eine andere Sicht auch deswegen. Also die klassische Debatte ist die zum Auto. Also wenn ich mir eine teure Wohnung in der Innenstadt leisten kann, dann kann ich ganz souverän viele Wege mit dem Fahrrad machen. Also ich persönlich zum Beispiel, ich habe erst mit 45 Jahren meinen Führerschein gemacht. Ich habe vorher in Berlin gelebt. Ich brauchte kein Auto. Es gab einen öffentlichen Nahverkehr und man konnte viel Fahrrad fahren. Also das war alles wunderbar. So jetzt wohne ich auf dem Dorf und da habe ich dann eben auch den Führerschein gemacht. Es ist völlig ausgeschlossen im ländlichen Bereich, ohne Auto halbwegs mobil zu sein, einzukaufen oder auch zur Arbeit zu gehen. So und jetzt kommen die Städter und sagen, ja jetzt müssen wir also aus Klimagründen den Sprit immer teurer machen. Der wird ja sowieso aktuell immer teurer, aber sie wollen ja noch draufsatteln mit CO2-Steuern. Und natürlich ist das eine ziemliche Arroganz gegenüber den Menschen, die es trifft. Und das sind ja vor allem die auch Pendler, die eben ihr Auto brauchen oder auch Leute, die an den Renten der Städte wohnen. Also da wohnen auch nicht wenige. Wenn die zum Beispiel Schichtarbeit haben, ist der öffentliche Nahverkehr in der Regel nicht geeignet, da mit zum Arbeitsplatz zu kommen. Und das sind meistens die, denen es auch nicht so gut geht, die nicht so wohlhabend sind. Und wenn die dann von den Privilegierten belehrt werden, dass sie eigentlich Umweltsünder sind, weil sie immer wieder ihr Auto benutzen und ja auch nicht den smarten Tesla, sondern eben so richtig klassischen Verbrenner, vielleicht noch mit Dieselmotor, ja, dann sind das keine produktiven Debatten. Aber man könnte das ja verändern. Also man könnte das ja wenden, indem man zum Beispiel begreifen würde, dass man dem Klima überhaupt nichts Gutes tut, wenn man den Sprit verteuert, weil die Leute trotzdem Auto fahren müssen. Sie, in Ihrem neuen Buch, machen Sie ja eigentlich eine Abrechnung mit einem dominanten Teil der Linken, die Sie Linksliberalismus nennen. Was sind Linksliberale und wie unterscheiden die sich von traditionellen Linken? Also der Begriff Linksliberalismus hat ja eine ziemliche Bedeutungsveränderung erfahren. Also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war. In Deutschland ist es so, dass in den 70er Jahren Linksliberal eigentlich Menschen bezeichnete, die zum Beispiel in der FDP waren und für eine Koalition mit der SPD geworben haben. Also das waren eigentlich sozial verantwortungsbewusste Liberale. Heutzutage bezeichnet Linksliberal etwas völlig anderes. Das ist also eben dieses großstädtische, akademisch gebildete Milieu oder zumindest Teile davon, dass eben mit dieser sehr selbstbewussten, man kann aber auch sagen selbstgerechten Attitüde, eben die eigene Weltsicht und den eigenen Lebenswandel für den Inbegriff von Tugend und von Wohlverhalten hält und alle, die davon abweichen, irgendwie moralisch verächtlich macht. Das ist heute das, was man eigentlich unter Linksliberal oder ich habe ja auch noch den Begriff Lifestyle-Linke benutzt. Also Menschen, die sich deshalb links fühlen, weil sie einen bestimmten Lebensstil haben. Und traditionell, ich meine traditionell ist das, was ich unter Links verstehe, dass man sich für soziale Gerechtigkeit, für weniger Ungleichheit einsetzt, für bessere Löhne, für höhere Renten, dafür, dass insgesamt die Gesellschaft den Menschen mehr Sicherheit bietet, dass es Aufstiegschancen gibt, auch für Kinder aus einfachen Verhältnissen oder gerade für diese. Die anderen brauchen keinen Aufstieg, die sind ja oben. Also das ist eigentlich klassisch linke Politik, also sich für die untere Hälfte der Bevölkerung einzusetzen und auch für die untere Mittelschicht. Und das ist ja, wenn ich diesen Linksliberalismus sehe, überhaupt nicht mehr der Fall, sondern da bewegt man sich ja wirklich eher so im oberen Drittel der Gesellschaft unter relativ Privilegierten, die sich gegenseitig bestätigen, dass sie eben so gut und so moralisch sind. Aber das hat ja mit dem Anliegen linker Politik wenig zu tun. Sie haben jetzt zwei- oder dreimal schon den Begriff moralisch oder moral benutzt. Ist das des Pudels Kern, dass die Debatten heute so moralisch aufgeladen sind, dass also der, der nicht meiner Meinung ist, einfach ein schlechter Mensch ist, währenddessen ich ein guter Mensch bin? Also ich plädiere ja nicht für eine amoralische Politik. Also Moral ist ja eine wichtige Frage der eigenen Überzeugung und der Werte. Aber ein Problem ist es, wenn Haltungen und Meinungen moralisch verklärt werden. Also wenn ich eben tatsächlich der Meinung bin, jeder, der anders denkt als ich, der hat nicht etwa eine andere Position und vielleicht Gründe dafür, sondern der muss ein schlechter Mensch sein, weil sonst würde er nicht anders denken, sonst müsste er eher so denken wie ich. Und das vergiftet ja gesellschaftliche Debatten. Also das fing im Grunde an, also in Deutschland in der Flüchtlingskrise damals. Also wer da die doch, also über einen gewissen Zeitraum relativ unbegrenzte und gebremste Zuwanderung kritisiert hat, der war eben sofort ein Rassist. Also das war das öffentliche Narrativ war, Willkommenskultur und wer davon abwich, der war nicht etwa einer, der vielleicht gewarnt hat, was für Probleme entstehen, sondern der war rassistisch. Und das sind ja heftige Bandagen. Also ich meine, früher hat man noch gewusst, was Rassismus ist. Und das wurde auch aus gutem Grund geächtet. Aber der Begriff wurde völlig in einer Weise verzerrt, die eben sehr problematisch war. Und in der Klimafrage haben wir das dann wieder erlebt. Also wer sein Auto benutzt oder wer es sich nicht leisten kann, in den Bioladen zu gehen, wer zum Beispiel bei Aldi billiges Fleisch kauft, der ist irgendwie ein Umweltzünder. Das ist also auch eine moralische Ächtung, in dem Falle sogar eben vor allem von Menschen, denen einfach das Budget dafür fehlt, sich so zu verhalten, wie das also gewisse Leute gerne möchten oder erwarten. Und ganz schlimm, finde ich, ist es jetzt in der Corona-Zeit geworden. Also wo auch bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Sichten so moralisch aufgebläht werden und eigentlich gar kein rationaler Diskurs zum Beispiel über Maßnahmen mehr möglich ist. Also inzwischen gehen ja doch die meisten Länder davon aus, ich hoffe mal, das bleibt dabei, dass es keine Lockdowns mehr geben soll. Aber noch im Frühjahr war das anders. Und wer da kritisiert hat, dass so viele Bereiche geschlossen wurden, wer gesagt hat, es müsste doch Alternativen dazu geben, dem wurde vorgeworfen, es seien im Menschenleben egal. Und auch das ist ja ein Vorwurf. Also das sind ja wirklich ganz heftige Dinge, die man sich da unterstellt. Und das ist, finde ich, beängstigend, wenn eine gesellschaftliche Debatte nicht mehr so stattfindet, dass man Argumente austauscht und sich mit einem Mindestmaß an Respekt auch begegnet. Zu Corona kommen wir gleich. Sie sagten gerade, früher wusste man noch, was Rassismus ist. Was versteht man denn heute, Ihrer Meinung nach, fälschlicherweise unter Rassismus? Also für mich ist jemand ein Rassist, der Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe für minderwertig erklärt oder verachtet oder meint, sie müssten andere Rechte haben, weniger Rechte haben. Und heute ist man ja schon ganz schnell ein Rassist, wenn man zum Beispiel der Meinung ist, dass Zuwanderung mit Problemen verbunden sein kann und nur in engen Grenzen so gestaltet werden kann, dass die Menschen auch integrierbar sind. Dann ist man ja schon ein Rassist. Oder teilweise schon, wenn man die falschen Worte benutzt. Da kann man ja schon als rassistisch, also wenn jemand, wir hatten in Deutschland ja jetzt die Diskussion, wo eine grüne Spitzenkandidatin Berlin also öffentlich ausgeplaudert hat, sie wollte als Kind Indianerhäuptling werden. Und schon alleine das hat also zu einem Aufschrei geführt, der Woken Community, weil Indianer ist ja ein rassistischer Begriff. Und natürlich sind das Debatten, die man wirklich nur in bestimmten Milieus überhaupt führen kann. Also wenn ich damit in meinem Dorf, wo ich jetzt lebe, anfange, dann fassen die Leute sich an den Kopf. Und ich glaube auch, dass in der Öffentlichkeit sich viele an den Kopf greifen über solche Diskussionen. Aber so weit ist das ja inzwischen. Oder wenn ein weißer Kolonialforscher über Kolonialgeschichte weiter forscht, also früher war das ja unbedenklich, da hatte er seine Ausbildung. Wenn er das heute noch tut, kommt er auch ganz schnell in den Vorwurf, also einer rassistischen Anmaßung, weil ja doch nur Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe sich mit dem Thema beschäftigen sollen. Also das ist eine völlig aberwitzige Diskussion teilweise. Also die Weiterungen im universitären Bereich sind da. Also teilweise so, dass man fassungslos sein kann. Macht natürlich solche Begriffe wie Rassismus am Schluss ein Stück weit auch beliebig, weil inzwischen alles oder nichts Rassismus ist. Ja, und damit verharmlost man das, wo wirklich noch Rassismus existiert. Und das gibt es ja. Ich meine, wir haben in Deutschland natürlich auch eine Neonazi-Szene, wo ganz offen rassistische Ansichten vertreten werden. Aber das ist gerade, das wollen sie nicht begreifen oder sehen sie auch nicht, dass sie damit eigentlich durch die Ausweitung dieses Begriffs wirklich letztlich der extremen Rechten sogar einen Gefallen tun. Weil irgendwann wollen die Leute überhaupt nichts mehr hören davon. Also so ist es ja teilweise schon. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, Antirassismus ist ein wichtiger Teil der Politik, dann machen die meisten Leute ja schon zu, weil sie genau nicht darunter verstehen, verstehen, dass man echten Rassismus ächten muss, sondern wirklich darunter verstehen, dass sie eben attackiert werden, wenn sie Zigeunersoße sagen oder Zigeunerschnitzel. Gerade in Ostdeutschland, Sie stammen ja aus der ehemaligen DDR. Gerade in Ostdeutschland scheint mir die Leute ein besonders feines Sensorium dafür zu haben, was man von ihnen erwartet, das sie sagen. Und wenn sie das Gefühl haben, sie können das nicht mehr sagen, dann machen sie eher zu. Ist das einer der Gründe, weswegen die AfD heute so einen Erfolg in Ostdeutschland hat, weil sie die Partei derer ist, von denen die Leute denken, die sagen, was man ja eigentlich sagen müsste? Also ich denke, da kommt viel zusammen. Also es gibt ja zwei wesentliche Gründe für rechte Wahlentscheidungen. Das eine ist der kulturelle Aspekt, wenn Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht mehr akzeptiert und respektiert in ihrer Lebensweise, in ihrer Kultur, in ihren Werten. Wenn sie das Gefühl haben, also es geht jetzt nur noch um Minderheiten, quasi die Mehrheitsgesellschaft, das ist schon schlimm, wenn man zur Mehrheit gehört, oder dass der Begriff Normalbürger ist irgendwie etwas Negatives, negativ konnotiert. Also wenn dann, dann wehren sich Menschen dagegen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, der gehört ja dazu, das ist die soziale Frage, also die soziale Verunsicherung und das Gefühl, dass die Politik sich um ihre sozialen Belange nicht kümmert oder sogar Dinge beschließt, und das ist ja immer wieder der Fall gewesen, die ihr Leben verschlechtern. Und beides spielt natürlich in Ostdeutschland sicherlich eine größere Rolle, das Soziale auf jeden Fall. Es gibt in Ostdeutschland einfach noch mehr Regionen als im Westen, wo nichts mehr ist. Also wo der letzte Briefkasten abgebaut wurde, der letzte Landarzt zugemacht hat, da ist keine Industriestruktur und es sind eigentlich nur noch sehr, sehr schlecht bezahlte Jobs und die jungen Qualifizierten sind alle weg. Und das sind Regionen, wo Leute sich sowohl im Stich gelassen fühlen, sozial als auch kulturell in ihrem, ich meine, das ist ihre Heimat, da möchten sie leben und sie finden das natürlich demütigend, wenn diese Region so vernachlässigt wird, dass sie sehen, ihre Kinder müssen eigentlich woanders hingehen. Also das kommt beides zusammen und das ist sicherlich ein wesentlicher Grund dafür. Außerdem, dass natürlich die ostdeutsche Gesellschaft sich auch viel stärker verändert hat. Also es wird ja zum Beispiel gesagt, ja im Osten leben ja viel weniger Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind. Das stimmt, aber der Anteil ist viel schneller gewachsen als im Westen. Das heißt, es ist eine große Umstellung für Menschen, wenn sie plötzlich einen sehr, sehr großen Anteil gerade in den ärmeren Vierteln haben, die eine ganz andere Kultur pflegen, wenn sie plötzlich damit konfrontiert sind, das gab es in der DDR nicht, dass ein erheblicher Teil der Erstklässler kein Deutsch spricht, das sind ja Dinge, die völlig neu sich entwickelt haben und dann reagieren Leute natürlich damit, dass sie sagen, also wir wollen nicht, dass das jetzt weitere Ausmaße annimmt. Professoren werden an Universitäten niedergeschrien, weil sie im Grunde ziemlich biedere Ansichten vertreten und wer sich an den Universitäten gegen bestimmte so progressive Glaubenssätze stellt, der setzt schon seine Karriere aufs Spiel. Nun werfen ja viele Linke, Donald Trump oder Viktor Orban in Ungarn, vor, sie seien illiberal, Viktor Orban nimmt das für sich ja auch selber in Anspruch, aber ist die Linke eigentlich dieser Teil der Linken nicht genauso illiberal wie die Leute, denen sie das vorwirft? Ich glaube, das heizt sich sogar gegenseitig an. Also es gibt heutzutage, und das macht die öffentliche Diskussion so schwer, von zwei Seiten eine sinkende Toleranz, also natürlich ist jetzt Donald Trump garantiert nicht das Beispiel für eine tolerante, liberale Diskussion, also ganz sicher nicht, aber seine Gegner natürlich haben genau die gleichen Muster nur mit umgekehrten Vorzeichen und genau Ähnliches haben wir auch in Deutschland. Natürlich hetzt die AfD teilweise, also auch vereinfacht, verzerrt Debatten, aber genauso muss man sagen, vieles, man kann nicht sagen, von der Linken, aber aus Teilen des linksliberalen Milieus ist auch ein zutiefst illiberales und vor allem intolerantes Herangehen. Und das ist etwas, was insgesamt die Diskussion vergiftet, dass von zwei Seiten im Grunde nicht mehr akzeptiert wird, dass es andere Meinungen gibt und dass man mit anderen Meinungen auch klarkommen kann und klarkommen sollte und dass Demokratie eigentlich davon lebt, dass sich unterschiedliche Meinungen austauschen, statt sich niederzuschreien und zu bekämpfen. Ihr neues Buch, Die Selbstgerechten, ist ja eigentlich ein Appell, diese Gräben zu überwinden. Aber wie schafft man das? Im Moment habe ich eher den Eindruck, die Gräben werden, auch beim Thema Corona, das Sie schon angesprochen haben, immer tiefer. Wie soll man da diese Spaltung überwinden? Zunächst mal, indem man überhaupt konstatiert, dass sie ein Problem ist. Also es ist ja so, also in Teilen des linken Spektrums findet man ja seine Selbstbestätigung darin, dass man, also diese ganze Wokeness, Wokeness-Debatte heißt ja, ich muss also ganz feinsinnig auf kleine sprachliche oder sonstige Dinge reagieren mit einem unglaublichen Shitstorm, damit ich irgendwie verhindern kann, dass sich da irgendwas Böses ausbreitet. Und alleine zu begreifen, dass das ein völlig aberwitziges Herangehen ist und dass es eben von Intoleranz lebt. Das wäre schon mal der erste Schritt. Auch die Identitätspolitik, die muss man eben hinterfragen. Also das ist ja auch etwas, das teilweise so akzeptiert wird. Also dass irgendwie eine Frau nur eine Frau vertreten kann und eine Schwarze einen Schwarzen und ein Homosexueller einen Homosexuellen. Das zersplittert ja die Gesellschaft in immer kleinere Gruppen. Und das führt dann zu diesen Quotendiskussionen. Also wir brauchen dann eben so und so viele Frauen und so und so viele Migranten und so und so viele Homosexuelle und nur dann sind alle repräsentiert. Das ist ein Herangehen, was ich für Grund falsch halte. Also ich meine, ich bin eine weibliche Abgeordnete und ich bin auch nicht Homosexuelle und trotzdem habe ich den Anspruch, sowohl Männer als auch Homosexuelle und auch Menschen mit Migrationshintergrund natürlich, soweit sie mich gewählt haben, zu vertreten. Also das muss doch der generelle Anspruch sein. Und dieses Fragmentieren der Gesellschaft in kleine Gruppen, die, wo von vornherein vorausgesetzt ist, die können nur sich selber vertreten. Und es ist schon eine Anmaßung, wenn man das versucht. Das ist ein Ansatzpunkt, den man dringend überwinden muss. Und der zweite Punkt, der hat natürlich mit sozialen Fragen zu tun. Also die westlichen Gesellschaften waren früher auch deshalb einiger, weil die sozialen Mauern in den Gesellschaften nicht so hoch waren. Also es war einfach viel fluider. Also wenn eben Kinder aus Arbeiterfamilien dann studiert haben, aufgestiegen sind, die einzelnen Milieus hatten viel mehr miteinander zu tun. Es waren früher auch in Deutschland zum Beispiel die Mieten so reguliert, dass im Wohnbezirk nicht nur auf der einen Seite die Armen unter sich blieben und auf der anderen Seite die Wohlhabenden, sondern das mixte sich. Also Kinder waren in der Schule dann mit anderen Kindern, die einer anderen sozialen Schicht angehörten. Dadurch haben sie sie gekannt. Dadurch hatten sie natürlich auch ein anderes Empfinden dafür, wie andere sichtend sind, wie es sich lebt, wenn man eben sehr viel weniger oder auch sehr viel mehr Geld hat. Und heutzutage ist das alles völlig abgeschottet. Also die Filterblasen, die man immer beklagt in den sozialen Medien, die gibt es ja heute im realen Leben. Es gibt immer weniger Freundschaften, Eheschließungen über soziale Grenzen hinweg. Und das ist eigentlich ein sehr bedenklicher Trend. Sie sagen, dass diese Spaltung immer weiter zunimmt. Das wird wir nicht einmal mehr über Grenzen, hinweg auch der Meinungen Freundschaften schließen können. Aber so richtig habe ich jetzt noch nicht herausgehört, was Sie sagen. Was bringt uns denn dann wieder zusammen? Die sozialen Medien werden nicht verschwinden. Die politischen Unterschiede werden auch nicht verschwinden. Also was bringt uns zusammen? Also zusammen würde uns natürlich bringen, wenn einerseits die, die die Meinungsführer sind. Das ist ja eine relativ kleine Schicht in der Gesellschaft begreifen und verinnerlichen würden, dass sie aus einem ganz bestimmten Milieu kommen, das nicht die gesamte Gesellschaft repräsentiert und dass ihre Werte keine irgendwie edleren oder besseren oder moralischeren sind als die Werte, die andere Menschen haben. Also alleine das zu verinnerlichen und zu begreifen würde schon mal wichtig sein. Und dann, finde ich, brauchen wir eben eine Politik, die tatsächlich wieder zu Aufstiegschancen führt, die auch zu weniger sozialer Ungleichheit führt, weil das auch die Gesellschaft wieder eher zusammenbringt. Also wenn die Ungleichheit sehr groß wird, separieren sich die Milieus viel stärker als in Gesellschaften, die weniger ungleich sind. Wenn man Mieten reguliert, wohnen Menschen auch wieder beisammen, die nicht das gleiche Geld und nicht die gleichen Wohlstandslevel haben. Also idealisieren Sie da nicht eine Vergangenheit. Erstens mal waren schon früher Viertel auch getrennt nach sozialen Gesichtspunkten. Die einen wohnten eben am Zürichberg in Zürich und die anderen wohnten im Quartier Außersiel. Das war schon früher so und das war früher eigentlich viel stärker als das heute. Was früher ist? Also im 19. Jahrhundert war das auf jeden Fall ganz stark. Bis ins 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert hat sich das dann eben, das war ja, das ist ja der Erfolg der sozialdemokratischen Reformpolitik gewesen, dass sie genau das, diese Kluft verringert haben, dass sie durch Regeln, durch sozialstaatliche Absicherungen, durch gute tarifliche Bedingungen dazu geführt haben, dass die Ungleichheit geringer wurde und tatsächlich auch dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft ein gewisses zu einem gewissen Maße verringert wurde. Also das ist ja messbar. Also es gab dort einfach eine größere, auch ein größeres Wir-Gefühl in der Gesellschaft. Und Sozialdemokraten haben eigentlich auch immer an dieses Wir-Gefühl und diese Gemeinsamkeit auch appelliert, weil kein Sozialstaat funktioniert, wenn Menschen nicht auch eine gemeinsame Identität haben in einem Land. Also sich irgendwie als zusammengehörig empfinden und dadurch auch bereit sind, Solidarleistungen zu akzeptieren. Also klar, niemand zahlt gern Steuern, aber es ist schon ein Unterschied, ob sie akzeptiert werden, weil man davon ausgeht, gut, die werden für Sinnvolles eingesetzt und wir brauchen eben auch eine Absicherung für die, die schuldlos eben zum Beispiel ihren Arbeitsplatz verlieren oder ob man das Gefühl hat, mit Steuern wird überwiegend Schindluder getrieben und sie dann eben auch noch viel ungern dann nicht nur zahlt, sondern sehr viel eifriger Auswege sucht. Also es ist schon ein Unterschied in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, das belegen ja alle Studien, die es dazu gibt, auch, dass es damals viel mehr zum Beispiel Eheschließungen gab, wo der eine aus einer anderen sozialen Schicht kam als der andere. Also gar nicht unbedingt jetzt der reiche Mann und die arme Frau, auch umgekehrt. Also es war einfach eine wesentlich gemischterere und durchlässigere Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall wieder erreichen wollten, weil das ist ja feudal, wenn im Grunde der Lebensweg eines Kindes mehr oder weniger festgeschrieben ist, wenn klar ist, aus welchem Elternhaus es kommt. Und da haben wir heute wieder einen richtigen Rückschritt gegenüber vor 20, 30 Jahren. Aber Sie scheinen so der guten alten SPD ein wenig nachzutrauern. Sind Sie da nicht in der falschen Partei und sollten Sie nicht der SPD beitreten? Die gute alte SPD, meinetwegen von Willy Brandt und Helmut Schmidt, die gibt es ja nicht mehr. Und die SPD, das gehört eben leider auch zur Wahrheit, hat ja damals mit der Agenda 2010 in Deutschland sehr viel dazu beigetragen, dass genau diese Unterschiede ganz krass und noch viel größer geworden sind als vorher in der Ära Helmut Kohl. Also das ist ja, die soziale Ungleichheit in Deutschland ist ja ab der Jahrtausendwende unglaublich explodiert. Und gerade diese vielen Niedriglohnjobs, die wir jetzt haben, die glaube ich, die Schweiz in dem Ausmaß bei Weitem nicht hat. Also wir haben ja wirklich einen riesig großen Niedriglohnsektor, wo die Leute überhaupt nicht davon leben können, was sie verdienen, wo sie auch kein normales, also da können sie eigentlich auch keine Familie ernähren, sie können in keiner größeren Stadt wohnen. Das ist ja überhaupt damals erst geschaffen worden, politisch, durch die ganzen Deregulierungen. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass zuvor, vor den von Ihnen beschriebenen Reformen Schröders, sehr viele Menschen entweder arbeitslos waren oder in ABM, also in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen steckten, gerade in Ostdeutschland oder in Sozialhilfe lebten. Und die sind ja eigentlich durch diese Art von Arbeitsmarkt in den Arbeitsmarkt hineingeholt worden. Es ist also eigentlich genau die Art von Inklusion, die Sie verlangen, ist durch das geschaffen worden. Na, das wird überschätzt. Also es gibt ja Studien dazu, was ist aus den 5 Millionen Arbeitslosen geworden, die wir mal hatten. Und da ist ziemlich deutlich, im Osten zum Beispiel, ist ein erheblicher Teil davon, das sind ja die, die Anfang der 90er Jahre arbeitslos wurden, die sind dann in die Rente gegangen. Also die sind nicht mehr, so ab 58, wenn man länger arbeitslos ist, zählt man ja nicht mehr. Ein Großteil ist einfach dadurch aus der Statistik verschwunden. Dann, das stimmt, es gibt Leute, die haben heute einen Minijob und waren früher arbeitslos. Auch Frauen, die früher zu Hause waren, oft allerdings auch freiwillig, weil der Mann eben ein so gutes Gehalt hatte. Die haben jetzt einen Minijob, auch weil sie dazu verdienen müssen, weil der Mann nicht mehr so gut verdient. Also klar sind auch Leute in den Arbeitsmarkt integriert worden, die es vorher nicht waren, aber in der Regel nicht in guten sozialversicherungspflichtigen Jobs, sondern meistens eben dann in sehr schlechten, ungesicherten und in der Regel Teilzeitjobs. Also wir haben ja viel mehr Teilzeitjobs als früher in Deutschland und zwar oft nicht freiwillig. Aber die sind häufig dann auch ein Sprungbrett. Das ist eine Illusion. Also das ist wirklich eine Illusion. Also die Minijobs haben ganz viele reguläre Arbeitsverhältnisse verdrängt, im Einzelhandel zum Beispiel. Da gibt es ja in groß, also gerade bei den Supermärkten, in einer Größenordnung Minijobs. Das hat ja mit der ursprünglichen Idee des Minijobs nichts zu tun, sondern das ist einfach Lohndumping. Das ist einfach die Idee, wie kann ich am besten die Löhne nach unten drücken und die Lohnkosten. Und da ist das ein Instrument. Also ich sehe, und da werden wir uns wahrscheinlich nicht finden, gerade in diesen Sozialreformen von Schröder, ein Versuch der Inklusion und der Versuch, Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Aber wie gesagt, ich glaube, da werden wir keinen Konsens finden. Kommen wir zu einem anderen Thema, das die Gesellschaft wirklich spaltet. Und das ist Corona. Sie haben es schon angesprochen. Sie haben sich öffentlich dazu bekannt, nicht gegen Corona geimpft zu sein. Und dafür haben Sie viel Kritik geerntet, gerade aus Ihren eigenen Kreisen, aus linken Kreisen. Ist das ein Beispiel für die linke Engsternigkeit, die Sie beklagen? Naja, das war jetzt allerdings nicht nur die Linke, sondern da haben wir ein öffentliches Klima, das ist so aufgeheizt und so irrational. Also ich meine, vor mir hat es ja einen bekannten deutschen Fußballer getroffen, der auch, im Übrigen also geoutet, ich meine, das Problem ist ja, dass man gefragt wird. Und entweder lügt man, das will man nicht tun, oder man würde sagen, das geht niemandem etwas an, das kann man zwar machen, aber da würden sowieso alle mutmaßen, wenn man das nicht sagt, wahrscheinlich ist man nicht geimpft. Und deswegen hat sowohl Kimmich, der ja damals gelöchert wurde, ich habe es dann eben auch öffentlich gesagt, weil ich gefragt wurde, ich bin nicht geimpft. Ich finde das wirklich völlig unangemessen, daraus eine moralische Debatte zu machen, weil wir haben in Deutschland aus gutem Grund keine Impfpflicht. Und wenn man sich dann allerdings das Recht nimmt, sich anders zu entscheiden, dann ist man eben auch wieder ein böser Mensch. Und die vielen Dinge, die da als Begründung angeführt werden, die sind inzwischen wissenschaftlich widerlegt. Also ich würde das ja noch verstehen, so eine Diskussion, wenn wir eine Impfung hätten, die tatsächlich verhindern würde, dass das Virus weiter übertragen wird und dass dadurch eben quasi diese Pandemie wirklich gestoppt werden könnte, dass meinetwegen 80 oder 90 Prozent geimpft sind. Oder 80 Prozent würden da ja schon einen wesentlichen Unterschied machen. Aber solche Impfstoffe haben wir nicht. Wir haben Impfstoffe, mit denen man sich selber nach jetzigem Stand relativ gut gegen schwere Verläufe schützen kann. Und das sollte auch jeder, der jetzt zum Beispiel ein höheres Alter hat oder einer Risikogruppe angehört, tun. Und bei allen anderen, finde ich, sollten sie abwägen und sich persönlich entscheiden. Und wer meint, er möchte das, der tut's. Und wer das nicht meint, der entscheidet sich eben auch anders. Aber Sie stimmen mir schon zu, dass die Argumentation, die Sie jetzt benutzen, eigentlich eher von Rechtspopulisten gebraucht wird, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Aber das ist doch schlimm, dass man das den Rechten überlässt. Also ich muss sagen, ich war ja noch in Deutschland der FDP dankbar, die irgendwann im letzten Jahr, dem Umstand verdankt sie, glaube ich, auch ihr Wahlergebnis, tatsächlich irgendwie sich daran erinnert hat, dass sie als FDP doch irgendwie auch eine Grundrechte- und Bürgerrechtspartei sein sollte und die dann eben nicht der AfD alleine überlassen hat, die öffentliche Corona-Politik zu kritisieren. Weil das ist doch, also das hat doch mit Rechts nichts zu tun, sondern es muss doch darum gehen, Grundrechte sind Grundrechte und es muss eine sehr hohe Hürde geben, sie einzuschränken. Und ja, wenn es um Leben und Tod geht und wenn der Staat keine andere Möglichkeit hat, die Bevölkerung zu schützen, dann sehe ich ja ein, dass man auch Grundrechte einschränken kann und wahrscheinlich einschränken muss. Aber es muss immer wieder hinterfragt werden, wann existiert eine solche Situation. Und ich meine, in Deutschland haben wir ja jetzt auch die Debatte, also die Ungeimpften seien daran schuld, dass es in den Krankenhäusern immer wieder massive Belastung gibt. Und das ist wirklich eine völlig unredliche Debatte, weil was daran schuld ist, dass es in den Krankenhäusern massive Belastung gibt, ist, dass wir in Deutschland seit Jahren einen unglaublichen Pflegenotstand haben. Das heißt, es wurden zunächst Pflegestellen abgebaut, die Löhne wurden gedrückt, es wurden Betten abgebaut und irgendwann waren die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern so schlecht, dass tatsächlich auch viele Pflegekräfte die Flucht ergriffen haben. Sodass wir jetzt deutlich weniger Intensivbetten haben als zum Beispiel noch vor einem Jahr, also über 4.000 oder fast 5.000 weniger. Und dann zu sagen, jetzt sind die Ungeimpften daran schuld, dass die Intensivstationen schon wieder, wir sind ja noch nicht am Limit, aber dass da schon wieder Engpässe sind, das ist wirklich, also da macht man Leute zum Sündenbock, damit die Politik ihre eigenen Versäumnisse und Fehler kaschiert. Und das ist keine Debatte, finde ich, die man der Rechten überlassen darf, das anzusprechen. Im Übrigen machen die das ja auch diesen Punkt eigentlich kaum. Also in der Schweiz machen sie das schon sehr stark. Da ist das ein sehr dominantes Teil dieses Narrativs. Aber, also ich bin geimpft, ich empfehle es auch jedem, sich impfen zu lassen und vor allen Dingen dann auch der Altersgruppe Ü65 eine Booster-Impfung machen zu lassen. Aber ich denke, es ist für die politische Debatte schon wichtig, wenn wir auch andere Stimmen zulassen und diese anderen Stimmen mit Respekt behandeln. Denn eine ganz wichtige Funktion von Demokratie ist, da sind wir wieder bei dem Thema Inklusion, dass sie Andersdenkende, dass sie Minderheiten integriert und hinein holt. Das ist ja so jetzt ein bisschen der Generaltenor unserer Diskussion, die Frage, eben wie integriert man eine Gesellschaft. Und auch, dass sie individuelle Freiheitsrechte und auch Grundrechte respektiert. Also ich finde es schon irgendwie beängstigend, dass man jetzt überhaupt öffentlich über seinen Impfstatus Auskunft geben muss. Dass auch viele Arbeitnehmer in ihrem Unternehmen über ihren Impfstatus Auskunft geben müssen. Das erzeugt ja enormen Druck. Und das wäre bei anderen Dingen, also ich weiß noch, als Aids aufkam. Und da wurde aus gutem Grund, also natürlich alles dafür getan, dass nicht irgendjemand, der das vielleicht hat, dass der irgendwo Auskunft geben muss. Dass natürlich kein Arbeitgeber so etwas abfragen darf. Auch bei anderen Erkrankungen nicht. Und nun kann man sagen, natürlich, das sind Krankheiten, die man schuldlos bekommt. Also die Impfung ist eine Entscheidung, eine Krankheit ist keine Entscheidung. Aber trotzdem betrifft auch die Impfung den eigenen Körper, die eigene, die eigene sozusagen körperliche Disposition. Und ich finde, dass wir viel zu sehr uns jetzt daran gewöhnt haben, dass sehr individuelle Dinge, ich meine auch über andere Impfungen durfte man früher nicht befragt werden, dass sehr individuelle Dinge, die eigentlich mal in den Bekreis des Privaten gehörten, jetzt zu einer öffentlichen Angelegenheit werden, wo Menschen sich rechtfertigen müssen, wo sie auch finanziell ja sehr unter Druck gesetzt werden, wenn sie sich anders entscheiden. Also das ist ja auch noch ein Aspekt. Ich meine, wenn ich jetzt mich bekenne, gut, da werde ich vielleicht beschimpft. Aber sehr viele, die sich anders entschieden haben und nicht sich geimpft haben, gerade Jüngere, haben jetzt die Situation, dass die Tests sehr viel Geld kosten, dass sie vielleicht sogar ihr Studium abbrechen müssen, weil sie da auch regelmäßig Tests vorlegen müssen. Und das ist ja wirklich eine unmittelbare finanzielle Erpressung. Das würde ich jetzt nicht Erpressung nennen, das ist das moderne und angewandte Verhaltensökonomie, das nennt man Nudging. Man schubst Leute mit kleinen Schritten in dieses Ergebnis hinein. Ich glaube, es erreicht das Ziel nicht. Also in Deutschland zum Beispiel, nachdem die Tests kostenpflichtig wurden, sind natürlich die Zahl der Tests massiv eingebrochen. Also teilweise bis zu zwei Drittel. Das heißt, man erreicht nicht dadurch, dass mehr Menschen sich impfen, sondern man erreicht, dass sie dann eben nicht mehr in die Diskothek gehen, weil sie sich den Test nicht leisten können oder vielleicht auch nicht mehr ins Kino, sondern sich irgendwie zu Hause mit anderen, die ähnliche Entscheidung getroffen haben, treffen. Also das heißt, im Grunde für die Situation der Infektion und der auch Verbreitung des Virus hat man eher eine absolut kontraproduktive Entscheidung. Oder was ich auch ganz schlimm finde in Deutschland, wenn man jetzt in Quarantäne muss, also weil ein Arbeitskollege zum Beispiel positiv getestet wurde, kriegt man keinen für die Zeit der Quarantäne kein Geld mehr. Und das sind zwei Wochen, das ist ein halbes Monatsgehalt. Ja, was heißt das? Das heißt natürlich, dass jetzt niemand mehr seinen Kumpel dafür anschmiert, dass er vielleicht mit ihm gestern gefeiert hat, wenn er heute getestet wird, weil das hieße ja, dass er dem wirklich zumutet, dass er einen halben Monat kein Geld bekommt. Also kann man viel schlechter Infektionsketten rückverfolgen. Also dieser Ehrgeiz, ungeimpft unter Druck zu setzen, ist letztlich kontraproduktiv, wenn es darum geht, Infektionsketten und Infektionen einzudämmen. Und da finde ich, hat sich die Politik völlig verrannt in den Zielen. Also was muss das Ziel sein? Das Ziel muss ja sein, dass sich nicht so viele Menschen infizieren und nicht, dass man junge Leute, die tatsächlich, finde ich, eine Entscheidungsfreiheit haben müssen, gerade bei Corona, das eben vor allem Ältere auch trifft, dass man die immer mehr unter Druck setzt, sich impfen zu lassen. Ich fürchte, Sie werden auch nach dieser Sendung einen Proteststurm ernten. Wieso ist es so schwierig, über diese Gräben, gerade bei dem Thema Corona, noch miteinander zu reden? Das ist schon in der Schweiz schwierig. Ich glaube aber, in Deutschland ist es noch viel, viel stärker. Da ist jeder, der nicht wirklich der offiziellen Linie folgt, sofort ein Covidiot. Und das nicht nur in irgendwelchen eher links stehenden Medien, sondern auch in sehr mitteorientierten oder konservativeren Blättern wie der FAZ. Auch dort wird sehr schnell mit diesem Vorwurf hantiert. Wieso ist das in Deutschland noch einmal so viel massiver, diese gegenseitige Polarisierung? Es wird medial sehr angeheizt. Und es ist eine Debatte, die angstbesetzt ist. Also deswegen funktioniert sie auch. Also wenn Menschen Angst haben, werden sie immer eher intolerant. Also das ist auch menschlich verständlich. Wenn ich Angst habe, will ich nicht diskutieren, dann will ich mich wehren. Und jetzt ist ja zum Beispiel ein Narrativ, was in Deutschland ganz stark viele Menschen beeindruckt, ist ja die Erzählung, die Ungeimpften sind schuld, dass möglicherweise Menschen mit Erkrankungen nicht mehr behandelt werden können. Weil die dann eben in den Intensivstationen liegen und der Herzinfarkt möglicherweise keinen Platz mehr hat. Das ist eine ganz üble und vergiftete Diskussion. Weil es sind nicht die Ungeimpften daran schuld, dass man so viele Intensivbetten abgebaut hat. Und es liegen ja inzwischen in Deutschland auch 30 Prozent Geimpfte auf den Intensivstationen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Ungeimpfter da landet, die ist zwar nicht null, aber sie ist auch nicht riesig groß. Also es ist eigentlich eine Debatte, die von der Politik auch geschürt wird, um von dem eigenen Versagen abzulenken, dass man es nicht geschafft hat, nach anderthalb Jahren Pandemie dafür zu sorgen, dass unsere Kapazitäten in den Krankenhäusern ausreichend sind, dass das Pflegepersonal so gute Arbeitsbedingungen hat und damit eben auch genügend Leute bereit sind, das zu machen, dass man mit dem Problem fertig wird. Und das muss ja wohl in einem nicht gerade armen Land wie Deutschland der Fall sein. Und ich meine, wir haben 80 Millionen Einwohner. Wir haben jetzt aktuell 2.000 Menschen mit Corona auf den Intensivstationen. Also in einem 80 Millionen Land. Wenn da 2.000 Menschen mit einer bestimmten Krankheit auf Intensiv liegen, dass dann schon das Schreien losgeht, um Gottes Willen, wir müssen möglicherweise, wir sind am Limit und wir können andere nicht mehr behandeln. Also das ist doch ein Armutszeugnis und das ist ein Zeugnis des Versagens der Politik. Und sie versucht davon abzulenken und die Ungeimpften quasi an den Pranger zu stellen, die seien jetzt schuld. Und leider funktioniert das teilweise. Aber Sie verstehen schon, dass Sie nicht nur Linke vor den Kopf stoßen, weil Sie nun reden wie eine Position, die man eher von Konservativen gewöhnt ist. und Sie irritieren, Sie provozieren. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, das gefällt Ihnen sehr. Also ehrlich gesagt, es macht keinen Spaß, öffentlich hingerichtet zu werden und teilweise als Schwurbler, als Querdenker, als Rechter. Also ich habe ja schon sämtliche Etiketten bekommen, die man in dieser Diskussion bekommen kann. Und in keinem von diesen Etiketten finde ich mich wieder. Also es ist nicht schön, wie wir die Diskussion führen. Aber ich finde trotzdem, es ist ganz schwierig, dass viele auch in der Politik, ich erlebe das ja, tatsächlich auch schon Angst haben inzwischen, zu bestimmten Themen sich öffentlich zu äußern. Also ich kenne eine Reihe von Leuten, die auch politisch aktiv sind, Mitglieder des Bundestages teilweise, die genau die gleiche Einstellung und genau die gleiche Meinung haben wie ich. Aber die mir sagen, ich würde das nie öffentlich äußern, weil dann werde ich geschlachtet. Und das ist doch ein Problem, wenn man dadurch quasi, also ja, der AfD das überlässt, weil die können das äußern, die werden dann zumindest von den eigenen Leuten nicht geschlachtet. Aber so kann man doch nicht weiterkommen. Ich meine, egal ob Corona oder andere Themen, wenn man politisch aktiv ist, muss man doch darauf orientiert sein, dass es Lösungen gibt, dass sich Dinge verbessern, dass auch gerade jetzt aktuell eben Veränderungen angeregt werden. Wenn ich mir aber gar nicht, mich gar nicht mehr traue, meine Meinung zu sagen, dann kann ich ja genau diese Aufgabe auch nicht mehr erfüllen, nämlich darauf zu drängen, dass sich das verändert, was sich dringend verändern muss. Also in Deutschland eben zum Beispiel die Ausstattung der Krankenhäuser, auch die Ausrichtung der Krankenhäuser. Damit fing das ja an, also dass sie eben auf Rendite getrimmt wurden, dass sie Kranke so behandeln sollen, dass sie möglichst viel Geld damit machen. Das ist ja eine Fehlentwicklung, für die übrigens teilweise die gleichen Leute verantwortlich sind, die jetzt besonders laut rufen, wir haben schon wieder keine Kapazitäten. Also Herr Lauterbach zum Beispiel. Sie sagen, das haben Sie jetzt ein paar Mal schon gesagt, man darf das nicht der AfD überlassen. Ist das nicht eine gefährliche Argumentation, weil man sich dann eben doch dieser Argumentationsmuster bedient, sehr stark, und dann eben doch sehr ähnlich klingt wie diese Kräfte, wie zum Beispiel die AfD, und dadurch am Schluss denen Vorschub leistet? Ja, ich denke, es ist gerade umgekehrt. Also mir ist relativ egal, was die AfD sagt. Ich sage das, was ich für richtig halte. Und wenn die AfD Beifall klatscht, dann soll sie das tun, das ist mir egal, und wenn sie mich dafür angreift, auch. Ich finde es ja nur schlimm, und das hilft ja gerade rechten Parteien, wenn Dinge, die rechte Parteien ansprechen, und sie sprechen natürlich bewusst teilweise auch Dinge an, die nicht falsch sind. Wenn man dann sagt, das dürfen alle anderen nicht mehr sagen, weil dadurch natürlich die Leute den Eindruck haben, ja nur die Rechten sprechen das aus. Also müssen doch die Rechten stärken, damit wenigstens noch einer das sagt. Und das ist doch gerade das Problem dabei. Also deswegen finde ich jetzt in der Corona-Frage, auch wenn es die AfD nicht gäbe, würde ich natürlich so argumentieren, wie ich argumentiere, weil ich mir wirklich Sorgen darüber mache, wie zurzeit die öffentliche Debatte läuft und auch was das mit unserer Gesellschaft macht. Also wir haben ja jetzt eine unglaubliche Spaltung in dieser Kluft geimpft gegen ungeimpft. Und das heizt sich ja immer mehr auf. Das geht ja durch Familien oder auch bei Kindern jetzt. Also ich weiß von Leuten, da haben dann die Eltern anderer Kinder gesagt, die dürfen nicht mehr mit Ungeimpften spielen. Was ja auch völliger Unsinn ist, wenn die Kinder geimpft sind, sind sie ja geschützt. Also warum sollen sie nicht mit Ungeimpften spielen? Aber das spaltet, also das fängt schon bei den Kindern an oder auch die Kinder sagen, ja dann will ich lieber geimpft sein, als dass ich nicht mehr mit meinem Freund spielen kann. Ist ja klar. Also das ist eine Diskussion, die diese Gesellschaft wirklich und ihre sozialen Beziehungen kaputt macht. Und ich kenne Freundschaften, die daran gebrochen sind. Also weil man da sich nicht einigen konnte. Ist das das zentrale Problem der etablierten Parteien? Und da rechne ich Ihre Partei, die Linkspartei, auch dazu, dass sie gewisse Themen und gewisse Emotionen in der Bevölkerung völlig aufgegeben hat, geradezu tabuisiert? Ja, ich würde eher sagen, dass man sich dem Druck beugt, bestimmte Dinge eben nicht mehr anzusprechen, weil es einen sehr starken Meinungsdruck gibt. Weil es eben auch, in den öffentlichen Medien, aber auch in den sozialen Medien, also ich gebe zu, ich konsumiere das teilweise gar nicht. Ich habe mir nicht angeguckt. Es gab wohl jetzt am Montag einen Hashtag Wagenknecht, wo ich also irgendwie bei Twitter beschimpft wurde. Das muss man sich nicht antun, dann lebt man wahrscheinlich fröhlicher. Aber das ist ja auch, es ist ja ein wahnsinniger Druck dann auf Politiker auch, wenn sie etwas sagen, was nicht konform geht zu bestimmten Meinungen, die vielleicht keine Mehrheit sind, aber die starke Twitter-Accounts haben, dass dann ein Shitstorm entsteht. Der Shitstorm spiegelt sich dann auch in den Medien. Und so sind ja auch schon ganze Politiker aus dem Amt gekegelt worden. Und ich glaube, die Art Diskussion, die sollten wir so nicht fortsetzen. Und ich finde, auch jeder sollte sich dem verweigern, dass er sich dem beugt. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Frau Wagenknecht, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder dabei sind bei NZZ Stammpunkte.